Hi Leute, ich wollte euch gerade mal ganz kurz was zeigen und zwar ist nämlich voll cool. Im Moment habe ich mir nämlich im Juli und August dann auch teilweise extra Zeit genommen, habe da jetzt kaum Termine und ja, habe die ganzen Kurse, Videokurse neu aufbereitet, werde ich noch und der erste Kurs ist eben der Kurs Umstellung und Vorkurs und zwar der Starterkurs, den habe ich komplett neu aufgesetzt und der geht jetzt in die zweite Auflage praktisch und ja, am 3. August, könnt ihr euch gleich mal hier vormerken, man sieht es ja sogar auf der Kamera, die ersten 48 Stunden zum Eiferungspreis, 50% reduziert, also könnt ihr euch da direkt einschreiben, ich bin echt super gespannt bei der Erstauflage, das war echt cool, da waren so viele Leute schon drin und das waren über 600 Leute und es war echt immer schönes Feedback. Ja und ich bin da echt gespannt, was ihr jetzt zur zweiten Auflage dann auch sagt, in neuem Gewand eben, wie es euch gefällt, bin da echt gespannt und eine weitere Sache, die ich eben jetzt Zeit zugefunden habe, war das E-Book und das wird dann auch veröffentlicht, da gibt es auch wieder einen Einführungspreis, 24 Stunden lang, am 1. September geht es los, also könnt ihr euch beide schon mal vormerken, 3. August, 1. September, ja und ich bin total gespannt auf euer Feedback und ebenso wird, ja, viele kennen es noch unter dem Namen Rohkostreinigungsweg, den Kurs setze ich neu auf und der heißt jetzt Nutrition Now und das Ernährungsprogramm Nutrition Now, ja, das kommt dann Ende September raus, da werde ich euch das genaue Datum dann noch bekannt geben, ja, die ganzen Kursseiten sind neu gestaltet, schaut auch mal auf die Webseite, also ich habe da echt viel verändert, ich verlinke es alles mal unten drunter, also ich freue mich da auch total, wenn ihr mir da Feedback gebt und ja, freue mich, wenn ihr auch gleich zum Start mit dabei seid und bin da echt gespannt und ja, das war es bei uns sonst und wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut Leute, ciao!